So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Fortnite. Es gibt das 14-Tage-Sommer-Event, welches noch 18 Tage läuft. Okay, meinetwegen. Es gibt auch noch ganz viele Sachen, die nicht freigeschaltet sind an Herausforderungen. Das Einzige, was ich sehe, was wir machen können, ist da, da, also tanzen werde ich nicht. Nein, wirklich nicht. Und das da brauche ich auch nicht, also alle 14 Herausforderungen abschließen, das werden wir auch nicht machen. Höchstens, das da könnten wir uns holen. Dafür muss ich nur mit dem Strandball spielen. Haben wir schon gemacht. Blöd, dass es da noch nicht die Herausforderung gab. Naja, okay. Und dann gibt es irgendwie eine Waffe aus dem Tresor, keine Ahnung. Aber das Trommelgewehr scheint da auch als Assanz zu fungieren. Oh, was ist das denn? Gruppenkeile, Lebensraub. Raub. Na gut, ich bin so... Das Eliminieren eines Spieler stellt 50 Konditionen Schilde wieder. Okay, wir fangen mit Gruppenkeile an. Dann fangen wir mal mit einer Runde Gruppenkeile an. Vielleicht finden wir ja gleich ein Trommelgewehr, das wäre cool. Aber was meinen die mit Waffe aus dem Tresor? Sind das diese... Ist der Tresor, sind das diese Automaten? Ist das der Tresor? Oder ist der Tresor was anderes? Du stehst uns im Beschuss, vergiss nicht, die Deckung zu bauen. Ja. Okay. Ich versuche es. Aber ich werde scheitern, denn es ist eh wahr, ich weiß nicht, ich kann mich kaum konzentrieren. Aber gut. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht so laut. Aber den brauche ich. Sonst... Ist hier... Nicht gut. Sagen wir es so. Sonst ist hier nicht gut. So. Stöpfer! 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 Störplaterne. Okay. Na, Schlachtenbus, hast du Bock? Loszufahren. Ich werde dir sehr verbunden. Guck mal, 1919, es sind alle da, wir können anfangen. Schlachtenbus. Auf geht's. Oh. Dankeschön. Boah, ey, da treffe ich einmal gut und dann ist es nicht mal gültig. Super. Okay. Da drüben ist ein Ball, ne? Da ist so ein Ball. Da gehen wir jetzt gleich mal hin und machen den Ball. Es müssen verschiedene Bälle sein. Da ist auch einer. Da ist auch nochmal einer. Okay. Fünf Bälle müssen es sein. und da ist es auch ein Ball. Okay. Okay, wie technisch ist das jetzt ungünstig, aber egal. Ach, das ist der Regenschirm. Äh, nicht Regen, Sonnenstürm. Aber hier war doch auch ein... Ah ja. Da können wir doch auch mal so ein Balle dann nehmen, hä? Hätte ich jetzt gedacht. Egal, dann gehen wir erstmal kurz hoch und... Alter, stopp. Was sehe ich denn da? Ach, hä? Wieso ist der denn... Ach so, der ist von Anfang an voll. Ja, dann ist okay. Da bin ich mit einverstanden. Da hab ich ja... Was ist denn? Was ist denn? Gibt's hier nur Scharfschützenzeug? Was ist denn hier los? So. Da unten sind die anderen, ne? Wie immer. Yes. Nein, es gibt nicht nur Scharfschützenzeug. Ähm... Würdest du... Würdest du... Manchmal denke ich, ich bin einfach zu blödes Zeug aufzuheben, ne? Nimm... Ich würde gerne die Waffe... Schau mal... Jetzt ist er auf der Waffe drauf. Wahnsinn. Das hat gedauert. So, okay. Ähm... Munition holen wir uns noch. So. Dann räumen wir mal hier noch ein bisschen ab. So. Oh, kann man auf die Art und Weise... Ne, ist jetzt egal. Ich bin hier schon wieder am... Am... Aber da ist leider kein... Das ist kein Ball. Schade. Ich dachte, da war ein Ball. Aber... Dann war da halt kein Ball. Aber ich spiel den Ball halt eigentlich. So. Aber wie gesagt, Trommlergewehr finden wir auch cool unter diesem komischen Tresor-Dings. Keine Ahnung. Gibt es hier einen Tresor? Bestimmt nicht. Aber die taktische Schrotflinte... Ähm... Aber ich habe hier schon... Stuff. Können wir lassen. Können wir alles lassen. So. Dann gehen wir schon mal vorsichtig in Richtung... Gebiet, wo wir hin müssen. Weil so langsam zieht sich hier auch schon alles zusammen. Was jetzt bei Gruppenkeile ja nicht so dramatisch ist, wenn man da erwischt werden sollte. Äh... Ist das das gleiche, was ich hier habe? Oder was habe ich da? Ja, das ist das gleiche. Okay. Um Neo-Tokyo gehe ich außenrum, weil sonst wird es wieder lecken. Das habe ich... Aber ich möchte ich nicht. Schaffen wir das? Das schaffen wir nicht. In der Zeit. Ich bräuchte ein Gefährt. Ich dachte jetzt... Ups. Ich dachte jetzt, ich mache das hinten nur auf. Da war bestimmt eine Truhe drin. Hoppala. Ja gut, dann nicht. Da oben ist meistens auch eine Truhe. Zumindest ist hier Munition. Das ist auch ganz gut. Ja, dann kommt das Ding jetzt halt. Das ist jetzt ja auch egal. Ah, die Truhe ist nicht da. Aber Munition. Und das Ding ist eh wieder viel zu schnell. Da komme ich eh wieder nicht hinterher. Was soll's. Was soll's. Wie weit wäre es noch gewesen? Nee, viel zu weit. Keine Chance. Dann gucken wir halt, dass wir noch so ein bisschen Stuff finden. Zum Beispiel die taktische Schrotflöte. Na. Wo willst du denn hin? Der ist aber auch in die falsche Richtung unterwegs. Aber in die Richtung kommen wir halt auch nicht. Oder schaffen wir das noch? Wären wir jetzt da? Schaffen wir doch eh nicht hier raus. Ich sehe halt nicht, wie das jetzt zielführend sein soll. Jetzt geht das sowieso in die falsche Richtung. Null. Ah, jetzt dachte ich, hier ist so ein Ball. Aber hier ist wieder ein Zustürm. Schade. Ah, wir haben noch Holz gesammelt. Ja, Mensch. Sensationell. Okay, los geht's. Auf in die Schlacht. Starte ich jetzt schon wieder mit vollem Schild und allem? Ja, sick. Ja. Brauche ich den Trank? Den Trank ja eigentlich gar nicht so wirklich. Oh. Äh. Ähm. Hallo? Cool. Ja, das war ja super. Ah, schade. Ich glaube, die Shotgun wäre schlauer gewesen. Ist das eine Shotgun? Das ist orange, ne Ding? Müsste eine sein. Aber was leckt denn hier schon wieder so? Hör auf und weg. Das war ja sehr. Hm. Welp. Nein! Das wäre es jetzt ja echt gewesen, wenn ich den da nicht gekriegt hätte. Das war die falsche Waffe. Ah, je. Ups. Oh. Kann ich es gleich wieder gut machen. Ah, da war noch einer. Schade. Oh, das sind drei jetzt. Vier von denen. Ja, das hätte ich eh nicht hingekriegt dann. Aber, wenn ich weiß, die sind hier. Kann ich auch den hier machen. Was? Warum leckt denn das so böse Rumpen hier? Boah. Ja, okay. Vielleicht ist das nicht der beste Ort, um da hinzugehen. Alter. Uuh. Okay. Das war eine Ansage. Nice. Hat leider nicht getötet, aber getroffen. Oh, und damit habe ich auch irgendeine Mission geschafft. Schade. Ah, der ist weg. Ist natürlich super dumm, wenn man sich gar nicht bewegt. Ist mir schon bewusst. Was? 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 Habe ich was verpasst? Hä? Nein! Muss ich nachladen. Oh, das ist auf meiner Seite. Ne, der ist auf meiner Seite. Der nicht, oder? Doch, wenn die sich ja anschießen. Die haben alle... Die haben alle so einen Pfeil drüber. Was ist das denn? Ist das einfach nur so ein normales Gefährt, was einfach nur so aussieht? Ne, das ist... Ich glaube auch meiner gewesen. Nicht sicher. Ich mache hier schon wieder Quatsch, Mensch. Die führen mit 34, das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Und das Feld wird gleich noch ein bisschen kleiner. Okay. In 10 Minuten nochmal. Ach. Käse. Ich bin hier nicht wirklich im Spiel geschehen. Und ich habe keine Deckung. Und ich habe keine Deckung. Oh, oh oh. Ah, mein Freund! Das, äh... War ungünstig für mich. Verschwindet halt immer hinter den Dingern da. Grrr. Oh, oh Gott. Denk schon. Aber der ist auch auf meiner Seite. Juuu. Aus dem Hinterhalt erschießen kann ich super. Yay. Oh. Was haben wir denn hier alles? Ist da zufällig so ein Ding dabei? Nö. Aber das ist doch besser, oder? Ist das die gleiche Waffe? Ah ne, das ist die, wo nur einen Schuss hat. Das gefällt mir nicht. Also die immer dann einmal nachladen muss. Ich möchte immer schneller dauerhaft schießen können. Wahrscheinlich ist die dort deutlich stärker, aber... Wie gesagt, das gefällt mir nicht. Das soll sich jemand holen, der damit besser umgehen kann. Ich bin's nicht. Mist. Mist. Komm schon. Ja. So treffe ich ihn ja niemals. Na, so auch nicht. Schade. Aber wir holen auf. Das ist gut. Der Abstand wird geringer. Ja. Oh! Oh, nein. ... Ja, schade. Wo segel ich denn hin? Äh. Das war jetzt nicht so das, wo ich hin wollte. Null. Das war überhaupt nicht das, wo ich hin wollte. Aber gut, dann. Warten wir mal kurz wieder von hier unterwegs. Ah, nee, der auf meiner Seite. Der auf meiner Seite. Guten Morgen. Da hat jemand den Sturmdreher, der ist auch auf meiner Seite. Der auch. Ach, komm. Ah, das Ding war eher ein Treffen. Mist. Oh Gott, jetzt füllen die aber schon wieder enorm. Hei, 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 was ist denn da passiert? 72, das ist nicht. Äh. Ah, verdammt. Das war nicht gut. 15 Unterschiede ist nicht gut. Shit. Ah, ich hab schon volle Raketen. Okay. Ich hab nicht mal eine Raketen. Warte. Wow. Wo ist er? Hä? Nice. Alles bricht zusammen. Okay. Nice. War zwar nicht hauptsächlich ich, aber ich hab glaube ich zumindest irgendwas mit abgezogen. Irgendwann mal. So ein bisschen. Okay. Aber ich hab noch getroffen. Aber der Abstand wird nicht besser. 16 Abstand. Abstand 16 zu unserem Nachteil. Nein, ich hab's verhauen. Was haben wir denn hier? Das nehm ich mir doch eher mit. Wo ist er? Da schießt einer auf mich. Jetzt seh ich die denn nicht. Ich hab den so weit runter eben schon. Danke. Mein Gott. Das wär's jetzt gewesen, wenn das nicht gereicht hätte, ne? Da ist er wieder runter jetzt, ne? Nee, ich hab keine Zeit zum Getränk. Das war's. Das war eigentlich, was ich wollte. Das war eigentlich, was ich wollte. Nice. Nice. Wo ist er? Ja, bau die Kiste ab. So, hab ich jetzt mal Zeit? Das gibt's noch nicht! Ah, Mist. Okay. Ah, Abstand ist nicht gut. Abstand ist nicht gut, immer noch elf. Ich hab halt keine Munition mehr dafür, das ist auch nicht gut. Ähm. Ähm. Ah, Mist. Den krieg ich natürlich wieder nicht. Nützt mir nix, wenn ich das Gefährt kaputt mache. Nützt mir gar nix. Nützt mir gar nix. Was sind denn die alle jetzt wieder? Da oben wahrscheinlich weiterhin. Oh, ich bin da ein bisschen ungünstig. So sturmtechnisch. Besser. Nein! Ah, das war die Chance, aber ich hab's verhauen. Ach, komm ey. Mist. Äh, ist eigentlich nicht. Ist die noch da, die mich abgeschossen hat vorhin vielleicht? Äh. Äh, was? Hä? Geht's halt auch runter, wenn man die 150 nicht erreicht? Das würde ich ja dann gern mal jetzt sehen. Nein, hör mal auf! Junge. Ich will mal sehen, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Mist. So kann man das nicht sehen. Wenn ich mich jetzt ein paar Mal noch töten lasse. Ach. Da würde ich ja gerne mal lieber sehen, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Nützt nix. Oh, das wird knapp Zeit. Und Zeit oder was läuft ab? Oh, 147. Okay, wir sehen die Zeit. Ach so. Ich verstehe. Aber warum, warum lässt man es nicht einfach durchlaufen? Warum macht man das, dass es mit der Zeit abläuft? Na gut, meinetwegen. Vier Eliminierungen. Ja. Ja. Kann man machen. Ist jetzt nicht gut gewesen. Aber immer ein bisschen was. Ne halbe Stunde hat das jetzt... Was? Wir sind schon bei 30 Minuten. What? Okay. Okay. Das ist ja interessant. Dann schließen wir hier ab. Würde ich mal sagen. War das so ein langes Match jetzt? Ist ja interessant. Okay. Ja stimmt, es ist ja noch nie die Zeit abgelaufen. Wir haben jetzt wirklich mal die volle Zeit durchgespielt. Huch. Okay. Nehme ich. Brauche ich nicht, aber nehme ich. Jetzt habe ich schon 200 Vibachs. Ich könnte irgendwann mal sogar so 200er Ding kaufen. Irgendwann gibt es doch... Nee, für 200 gibt es gar nichts. Für 500 gibt es irgendwas. Aber ich glaube, irgendwann gab es noch mal was für 200. Keine Ahnung. Alter, wer will denn für 8 Euro eine Überbratwurst? Das ist doch bekloppt. Also Entschuldigung. Jeder ist doch bekloppt, der sich dieses Ding hier kauft. Also Entschuldigung. Nee. Und was macht der Effekt? Toll. Ei. Wahnsinn. Fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, das hat alles wunderbar funktioniert. Okay, dann lassen wir das einfach mit den Missionen. Beziehungsweise die bleiben ja noch eine ganze Weile. 14 Tage Sommer ist eine ganze Weile. Ach, das war eine tägliche Mission. Aha. Verstehe. Alles klar. Gut, dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.